Der Arbeiter mit den Sternen in der Wüste orientiert. Genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternenkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit dem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Ja, vergiss es. Hey, glaubst du, du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Dann bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Wie überaus. Aufmunternd. Hört ihr das? Oh oh. Oh nein. Was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Ah, Mist! Oh my God.